In über 40 Jahren hat es bei McDonald's schon viele legendäre Burger gegeben. Den Klassiker. Den Großen. Den Exotischen. Den Würzigen. Und den Herzhaften. Doch jetzt ist die Zeit gekommen für eine neue Burgerlegende. Vorhang auf für den Auserwählten. Ein Burger, der komplett im Internet erstellt wurde. Ein Burger, auf den ganz Deutschland gewartet hat. Ein Burger, so einzigartig wie die Person, die ihn erfunden hat. Ein Burger, den es bald exklusiv bei McDonald's gibt. Aber damit das passiert, brauche ich deine Unterstützung. Stimme jetzt für meinen Burger.